Hallo und herzlich Willkommen bei 10xTrading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu C3, AI und NIO. Zu Beginn des heutigen Videos sprechen wir über einige Grafiken und Makrodaten. Wir beginnen mit Smart Money vs. Dumb Money und wir sehen hier, dass sich die Entwicklungen in der vergangenen Tage jetzt fortsetzen. Mit den stark steigenden Kursen beim S&P 500 steigt jetzt auch wieder, leider muss man sagen, das Zuversichtslevel der Kleinanleger vertikal an. Wir sehen, dass sie die Aktien, die sie zuletzt in der Korrektur in Angst verkauft haben, jetzt zu stark erhöhten Kursen teilweise wieder zurückkaufen. Während wir vor einigen Tagen schon mal darüber gesprochen haben, dass mir das bei den institutionellen Anlegern eben wie eine Top-Bildung vorgekommen ist hier im Bereich der Zuversicht, dass eben möglicherweise die Korrektur abgeschlossen sein könnte, die Phase der Akkumulation abgeschlossen sein könnte und wir jetzt eben in eine Phase der FOMO übergehen, der stark steigenden Kurse, wo es übergeordnet meines Erachtens dann eher wieder interessant ist auf Widerstände zu achten, Thema Gewinnmitnahmen. Und um in diesen wilden Märkten den Überblick zu behalten, Supports zu erkennen, Widerstände zu erkennen, ist es sehr wichtig, dass wir eben den Markt handeln, den wir sehen und nicht den Markt handeln, der uns aktuell logisch vorkommt oder vor dem wir möglicherweise sogar Angst haben und genau das scheinen die Kleinanleger aktuell zu tun. Wir sehen hier die Positionierung der Kleinanleger, die ist so negativ, wie wir sie zuletzt nur einmal gesehen haben und zwar am Tiefpunkt 2022 und wie wir sie zuvor dekadenlang nicht gesehen haben. Das müssen wir definitiv auf dem Zettel haben. Die Horde der Kleinanleger geht aktuell mit einer Garantie davon aus, dass neue Tiefs im Markt nicht mehr weit entfernt sind und dass die Märkte jetzt aktuell ohnehin nicht steigen können. Und da muss man einfach meines Erachtens sehr, sehr vorsichtig sein. Und deshalb ist der Ton auf diesem Kanal seit einigen Wochen der gleiche. Wir handeln aktuell den Markt, den wir sehen. Wir handeln aktuell die Bodenbildung im Oktober, die wir sehen, die steigenden Tiefs, die uns der S&P 500 seitdem zeigt. Und das ist einfach ein Konzept, das zum aktuellen Zeitpunkt wunderbar aufgeht. Und jetzt sind wir eben in einem Bereich, wo wir wieder auf die Widerstände achten und eben schauen, ob der Markt an den entsprechenden Zonen für Gewinnmitnahmen reagiert. Und was wir hier aber sehen, ist, dass das extrem negative Sentiment bei den Kleinanlegern. Du siehst hier das Robo-Put-Call-Verhältnis, das ist Retail-Only-Buying-Options-Put-Call-Verhältnis. Hier geht es jetzt nur um Kleinanleger. Und du siehst, wie extrem negativ die aktuell positioniert sind. Das sind hier wirklich Rekordwerte in der negativen Positionierung, also in der Positionierung mit Wetten auf fallende Kurse. Und das ist jetzt nicht meine Aussage. Die Aussage stammt aus dem Research vom Sentiment Trader. Diese Tatsache, diese negative Positionierung vor allen Dingen der Kleinanleger, ist ein Grund, der den Markt in den kommenden Wochen durchaus stützen kann. Und auch in Extrembereichen angekommen ist die Positionierung am Future- und Optionsmarkt der Kleinanleger. Du siehst hier, wie weit überverkauft dieser Indikator ist im unteren Bildschirmbereich. Und oben siehst du, wie oder in welchen Bereichen vom S&P 500 wir diese Signale getriggert haben. In der Regel im Bereich der Bodenbildung, im Bereich eben der Krisenphase im S&P 500. Und das haben wir bitte auf dem Schirm. Wir haben aktuell eine sehr, sehr negative Positionierung der kleineren Trader. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Was sich ebenfalls stützend auswirken könnte für die Märkte, ist die aktuell durchaus positive Saisonalität. Nicht nur der S&P 500 steht jetzt vor einer starken Phase. Auch der Nasdaq 100 steht jetzt saisonal durchaus vor einer positiven Phase, wie wir hier in dieser Grafik sehen. Nicht nur, haben wir jetzt ein bisschen Abseits vor uns. Wir stehen jetzt saisonal auch an dem Punkt, wo der Nasdaq gerne aus seinem Februar hoch ausbricht. Schauen wir uns später mal bei den Live-Chats an, wie das mit der aktuellen Handelssituation zusammenpasst. Und was auch wichtig ist, wir stehen vor der kommenden Earnings-Season und wir wissen, dass die Erwartungen der Analysten durchaus noch mal stark reduziert sind für die kommende Berichtssaison. Haben wir das auch auf dem Zettel. Da sprechen wir nämlich jetzt in der nächsten Grafik drüber. Und hier sehen wir jetzt, wie stark die Erwartungen an die Unternehmen zurückgegangen sind. Vor allen Dingen jetzt noch mal zuletzt Ende Februar waren wir auf Rekordtiefs, was die Erwartungen ans Earnings per Share angeht in den S&P 500 Unternehmen. Und da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, wie viel Potenzial haben die Märkte jetzt möglicherweise sogar noch mal positiv zu überraschen im kommenden Quartal. Eins ist aber auch klar und die Frage ist hier völlig zurechtgestellt von der Market-Ear. War es das dann mit den Earnings-Cuts? Also war es das dann mit der Reduzierung der Erwartungen? Ich denke tatsächlich ja. Ich denke, dass dann ab dem dritten, vierten Quartal durchaus die Erwartungen wieder steigen sollten. Vor allen Dingen eben auch, wenn die S&P 500 Kurse steigen, dann werden sich natürlich auch die Analysten nach oben orientieren. Und dann haben wir ganz klar, und da bin ich auch dann wieder völlig im Boot derjenigen, die die Probleme auf den Markt zukommen sehen. Die sind natürlich da, die Probleme. Möglicherweise sind sie zum aktuellen Zeitpunkt aber noch mal ein bisschen nach hinten aufgeschoben. Denn aktuell bekommen wir auch durchaus von der Wirtschaft noch positive Meldungen. Den Chart hatte ich vor kurzem schon mal dabei, den Citibank US Economic Surprise Index. Und zwar wie positiv überraschen die Wirtschaftsdaten die Analysten? Und da sehen wir, der geht senkrecht nach oben aktuell. Der S&P 500 ist noch stark gehemmt. Klar, wir hatten jetzt zuletzt die Bankenkrise und es kommt natürlich auch immer wieder was dazwischen sozusagen bei der positiven Stimmung. Aber wenn du mal links auf die Punkteskala schaust vom S&P 500 und diese beiden Indizes gehen gerne Hand in Hand, könnte der Index der S&P 500 noch mal deutlich höher stehen. Haben wir das wirklich zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Schirm, dass die Märkte jetzt gerade durchaus möglicherweise noch mal die Chance haben, ein sehr, sehr positives Szenario zu spielen? Zumindest noch für einige Wochen. Vor allen Dingen, solange die Notenbanken global genau das Gegenteil tun von Quantitative Tightening, also von enger Geldpolitik. Denn aktuell, einige sagen, nennen es nicht Quantitative Easening. Im Endeffekt ist es egal, wie man es nennt. Man sieht, dass sich die finanziellen Konditionen lockern und das drastisch. Und am stärksten lockern sie sich in den Vereinigten Staaten, wie du hier an dem hellen Chart siehst. Das fällt hier aktuell senkrecht nach unten. Und wir haben aktuell, das ist auch ein wichtiger Punkt, Liquidität, finanzielle Konditionen. Das ist doch der Antrieb für die Märkte. Und wir haben aktuell die lockersten finanziellen Konditionen übergeordnet seit Beginn des Zinszyklus. Was wir auf jeden Fall beobachten sollten in den kommenden Wochen und Monaten und was auch definitiv zum Problem werden kann und jetzt auch zuletzt zum großen Problem geworden ist, das sind diese großen Bewegungen in den Geldmärkten. Wenn Geld abgezogen wird, insbesondere von den regionalen Banken und hingeschoben wird zu den großen Banken, das setzt dann die kleinen regionalen Banken stark unter Druck. Einige Analysten sprechen davon, dass es hier noch mal um mehrere 100 Milliarden US-Dollar gehen kann an Geldern, die da bewegt werden. Und hier siehst du auch in diesen Charts, das sind verschiedene Zyklen, wo diese Geldflüsse sehr, sehr stark waren in die Geldmärkte. Und hier sehen wir den hellbraunen Chart. Das ist die aktuelle Situation. Das geht hier nahezu senkrecht nach oben. Das ist definitiv ein Thema, was wir beobachten müssen. Natürlich auch zusammen mit einer potenziellen Kreditklemme. Über das Thema haben wir in einem der Videos der vergangenen Tage gesprochen, wo wir mal über die bärischen Punkte gesprochen haben, die den Markt aktuell durchaus belasten können. Dieses Thema Banken, dieses Thema Finanzsystem, das wird uns meines Erachtens noch eine ganze Weile beschäftigen. Und deshalb wird es meines Erachtens in den kommenden Wochen und Monaten noch durchaus ein sehr anspruchsvoller Markt bleiben. Und um den gemeinsam zu meistern, möchte ich dich sehr gerne einladen. Komm auf den Discord und werde 10x-Member und werde Teil von unserer täglich stark wachsenden Community. Dort poste ich nicht nur täglich Markt- und Aktienanalysen, sondern du kannst dich auch mit vielen Gleichgesinnten auf höchstem Niveau, muss ich wirklich sagen, austauschen. Auch mal großes Lob an alle, die bereits Teil sind der 10x-Trading. Discord-Community. Was wir hier sehen, ist der Apple-Chart im Vergleich zum S&P 500. Sehen wir zwei Dinge. Potenziell hätte der S&P 500, wenn es um Apple geht. Noch ein bisschen Aufwärtspotenzial. Was ich euch hier auch zeigen möchte, ist hier diese starke Outperformance einfach wieder der Apple-Aktie. Und nicht nur die Apple-Aktie ist aktuell stark am Outperformance, sondern auch, und das ist ein positives Signal, der SOX, das ist der Index, auf die Halbleiterwerte performt hier aktuell den Nasdaq aus. Und das ist durchaus eine Tatsache, die wir gerne sehen in der Phase von steigenden Märkten und vor allen Dingen die extrem zins- und konjunktursensiblen Halbleiterwerte outperformen. Wir kommen zum Wirtschaftskalender und sprechen über die heutigen Ergebnisse. Einkaufsmanager-Index in China hat leicht positiv überrascht, aber unter der Meldung vom Vormonat hat sich nur nicht so stark abgekühlt, wie befürchtet. Und es gab auch eine interessante Meldung aus China, die wir für die kommenden Wochen und Monate auf dem Zettel haben müssen. Man hat angekündigt, dass man weiter finanziell die Wirtschaft stützen wird. Ganz wichtiger Punkt, potenziell eben auch für den chinesischen Aktienmarkt. Verbraucherpreisindex aus der Eurozone 6,9 Prozent, sogar kälter reingekommen als die Prognose. Deutlich unter der Vormonatsmeldung von noch 8,5 Prozent. Und um 14.30 Uhr war es dann soweit. Und da müssen wir ganz klar drüber sprechen. PCE-Kernrate hat sich sozusagen nur noch mit 0,3 Prozent beschleunigt. Im Jahresvergleich haben wir in der Breite noch 5 Prozent und in der Kernrate haben wir im Jahresvergleich 4,6 Prozent. Und jetzt denken wir mal so ein bisschen nach, wo der aktuelle Leitzins der FED steht bei 4,75 bis 5 Prozent. Könnte möglicherweise sogar davon sprechen, dass die FED so ein erstes kleines Miniziel erreicht haben könnte im Kampf gegen die Inflation. Zumindest ist jetzt der Leitzins schon mal über der PCE-Kernrate. Im FED-Watch-Tool sehen wir eine leichte Verlagerung hin zu 25 Basispunkten bei der Mai-Sitzung. Das ist natürlich klar, das wird jetzt das Thema sein, dass gespielt wird. Umso mehr sich die Märkte wieder entspannen können, umso höher wird der Zinsmarkt wieder steigen. Schauen wir uns gleich bei den FED-Funds-Futures an. Natürlich werden wir hier auch für das kommende Quartal dann eine höhere Prognose sehen für 25 Basispunkte. Und klar, die FED hat natürlich dann auch weniger Grund, die Zinsen nicht anzuheben. Insbesondere, wenn man sich herausstellt, dass die Wirtschaft eben sehr resilient bleibt. Und da bin ich dann auch wieder ganz klar im Lager der Skeptiker. Insbesondere fürs zweite Halbjahr 2023, wenn sich dann die ganzen 75 Basispunkte aus dem letzten Jahr ins System gefressen haben, dann wird diese ganze Sache nochmal richtig spannend. Damit kommen wir zur Chart-Analyse. Und die beginnen wir mit dem Blick auf die Verzinsung der zehnjährigen Staatsanleihung. Und ich finde diese Entwicklung hier extrem spannend. Wir hatten ja diese Kapitulation bei den Zinsen, wo massiv Zinsen ausgepreist worden sind im Rahmen der Bankenkrise. Hier ging man davon aus, dass die FED vor allen Dingen bald die Zinsen senken wird. Schauen wir uns gleich bei den FED-Funds-Futures an. Jetzt sehen wir einen leichten Anstieg bei den Zinsen und jetzt einen milden Rücksetzer exakt auf dem Bereich, den wir gestern angesprochen hatten. Hier 3,5 Prozent. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die hier nochmal Support finden, die Zinsen auf die zehnjährigen hier bei der 200-Tage-Linie. Das würde dann so ein bisschen ins Bild passen, dass der S&P 500 möglicherweise von einer kleinen Korrektur steht, der Nasdaq natürlich auch, während sich die Zinsen hier wirklich nochmal so ein bisschen nach oben arbeiten können. Wichtig dafür wird sein, dass wir darauf achten, ob sie die 3,476 Prozent halten. Das ist von dieser Downside des 23er Fibonacci. Und darauf müssen wir achten. Wenn wir hier drüber bleiben, vor allem auch über der 200-Tage-Linie, ist das Ziel für die Zinsen auf die Zehnjährige hier im Bereich zu suchen. 3,6 Prozent haben wir schon abgeholt. 3,68 Prozent ist dann hier das 50er Fibonacci. Und mein Ziel, auch so ein bisschen der Sweet Spot aktuell für die Zinsen, wenn sie nochmal ansteigen sollten, ist hier im Bereich zu suchen zwischen 3,75 Prozent bis 3,8 Prozent. Was wir gelernt haben zuletzt, wenn sie über 4 Prozent steigen, dann wird es problematisch. In den FED Funds Futures für den September, also was denkt der Markt, wo wird der Zins stehen, der FED im September? Sehen wir so eine unglaublich interessante Entwicklung, meiner Meinung nach. Wir sehen aktuell einen Markt, der stark nach oben schmilzt, förmlichen Short Squeeze. Gleichzeitig sehen wir, dass die Zinserwartung für den September sich nahezu wieder auf den Bereich normalisiert hat, wo wir zuletzt seit Oktober seitwärts gegangen sind. Also ihr seht, das extreme Auspreisen von Zinsen, die Zinssenkung, das ist nichts Bullisches für den Markt. Das ist in allererster Linie in Verbindung zu bringen mit einer Krise am Markt. Und jetzt sehen wir eben hier von diesem Impuls down, die Erholung nach oben. Und da müssen wir uns eben so ein bisschen fragen, zeigt uns hier der Zinsmarkt? Weil das ist natürlich eine Aufwärtsbildung, die sich hier ein bisschen zu erschöpfen scheint an diesem wichtigen Widerstand. Jetzt von 4,75 Prozent. Jetzt der aktuelle Zins eingepreist. Also vom jetzigen Zeitpunkt geht der Zinsmarkt davon aus, dass die FED fertig hat, dass wir keine weitere Zinsanhebung bekommen. Und mal einen kleinen Squeeze nach oben in dem Bereich 5 Prozent. Kann ich mir durchaus vorstellen, wenn sich abzeichnet, dass die FED im Mai eben die Zinsen doch nochmal anhebt um 25 Prozent. Ob wir meines Erachtens nochmal vorsichtig werden müssen, schauen wir uns hier mal das Fibonacci Tool an und sehen, dass wir jetzt bereits angekommen sind hier im Bereich vom 50er, 61er Fibonacci. Wenn wir hier nochmal eine scharfe Bewegung zur Downside sehen, dann wissen wir, dass der Zinsmarkt wieder Ärger riecht. Und weiterhin wird es sehr wichtig sein, dass wir auf die Liquidität im Markt achten, insbesondere auf die US-Notenbank, die FED. Und das ist hier der Chart zur Bilanzsumme der FED. Ich würde sagen, das ist ein Linienchart, das anders stellt das Trading View leider nicht dar. Und was wir hier eben sehen, das ist diese massive Lockerung, dieses massive Reinpumpen von Geld im Rahmen der Bankenkrise. Das wurde dann wieder abgezogen, Korrektur am Markt. Und jetzt sehen wir eben wieder am Ende steigende Tendenzen bei der Liquidität. Wir sind aber lange aktuell nicht mehr da, wo wir am Top waren. Deswegen müssen wir auch mit der aktuellen Marktsituation ein bisschen vorsichtig sein. Man könnte sagen, der Herr gibt es, der Herr nimmt es. Und aktuell sind wir so in der Phase, wo wir eben in der Liquidität mehr oder weniger seitwärts gehen. Und das kann durchaus im weiteren Verlauf kritisch sein. Vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass wir hier bei der Liquidität einen weiteren Impuls zur Downside sehen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die globale Liquidität am Widerstand angekommen ist. In diesem Chart sind die wichtigsten Notenbanken zusammen vereint. Also auch Japan, China, die EZB und eben die FED hier in diesem Chart. Und auch da sehen wir, dass wir am Widerstand angekommen sind, nachdem wir hier herrlich zuletzt diese Perenfalle gesehen haben. Wir haben es auf dem Kanal beobachtet. Ja, gesagt, wenn wir hier reingehen, dann haben wir potenziell steigende Kurse zu sehen. Das war Anfang, Mitte März. Seitdem haben sich die Märkte natürlich wieder gut erholen können. Muss man auf dem Zettel haben. Jetzt geht hier die Liquidität aktuell seitwärts. Wenn wir hier natürlich nochmal einen deutlichen Impuls bekommen, habe ich dir auch gerade beim FED-Chart gezeigt, dann kann das natürlich dafür sprechen, dass wir aktuell potenziell in eine Bullenfalle reinlaufen. Dass die Märkte hier wirklich im kurzen Zeitfenster auch nochmal abkorrigieren. Aber auch eins ist klar, wenn wir sehen, dass wir hier einen Breakout bekommen, möglicherweise in der kommenden Woche mit mehr Liquidität im Markt, dann spricht das ganz klar im weiteren Feld für steigende Kurse. Damit kommen wir zu den Rohstoffen und beginnen natürlich mit dem Witwenmacher. Und da kann ich jetzt zum ersten Mal sagen, im Rahmen dieser gesamten Korrektur, das sieht aktuell durchaus gut aus. Und auch hier muss ich sagen, komm gerne auf den Discord und werde 10x Member. Da analysieren wir insbesondere auch diesen Markt teilweise mehrmals täglich am Markt. Und es sind auch viele, die hier den Markt aktiv traden und auch investiert sind. Was wir aktuell sehen, ist hier ein NetGas-Future, der sich nach einer herrlichen Konsolidierung, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Bewegung, die der Bitcoin uns gezeigt hat am Tief, diese langsam steigenden Tiefs. Und danach gehst du eben in einen parabolischen Anstieg über, wo bei exakt den 2,09 Dollar auf dem 88er Fibonacci von dieser Aufwärtsflügel, das Level, worüber hier wir die ganze Zeit schon sprechen. Aktuell sehen wir Widerstand an diesem lokalen Hoch vom 29. März übergeordnet. Ist die Zone um 2,20 Dollar auch sehr, sehr kritisch, war immer wieder Support, aber auch Widerstand. Und da stehen wir jetzt aktuell an. Wir haben jetzt aber einen 4-Stunden-Schlusskurs, nicht nur über der 20er-Linie im 4-Stunden-Shart, sondern auch über der 50er-Linie im 4-Stunden-Shart und testen diese aktuell auch als Support. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mir hat auch Preisalarm gesetzt in dem Bereich über die 2,20 Dollar. Das ist hier nochmal ein weiterer Breakout-Alarm. Das nächste Kursziel sehe ich dann ganz klar hier im Bereich der 2,35 bis 2,37. Wichtige horizontale Zone 61er und 65er Fibonacci. Der letzten Rallye hier finden wir dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Widerstände. Ganz wichtig ist jetzt, und das ist kritisch, du möchtest, weil das ist natürlich jetzt ein massiver Anstieg, wäre potenziell auch eine hervorragende Bullenfalle, wo du die NetGas-Futures jetzt kurzfristig nicht mehr drunter sehen willst. Und du weißt, wie gut diese gleitenden Durchschnitte funktionieren in diesem Chart. Vor allen Dingen hier zuletzt Widerstand gewesen. Die 50er-Linie im 4-Stunden-Shart wird jetzt zum Support. Da möchtest du sie nicht mehr drunter sehen, die Futures. Also nicht mehr, könnte sagen, unter 2,15 Dollar. Weiterhin sehr, sehr stark ist der Ölpreis, muss man aktuell ganz klar sagen. Der zeigt uns hier zum jetzigen Zeitpunkt eine astreine, v-förmige Erholung. Wenn wir uns die letzte Downside abmessen hier im Bereich dieser Kapitulation, wo der Ölpreis dann auch im Tageschart überverkauft war, da muss ich mal zurückgehen, da siehst du nicht allzu oft, wo wir wirklich überverkauft waren, war das letzte Mal im Dezember 2021. Also hier durchaus kritischer Support. Auch die Zielzone, über die haben wir gesprochen in diesem Bereich. Und jetzt bist du hier. Heute stand jetzt über dem 61er und 65er Fibonacci. Da hatte ich gestern darüber gesprochen. Die Zone um 75 US-Dollar halte ich für einen extrem kritischen Widerstand. Aber hier auch zusammen mit der 50-Tage-Linie. Hier ist jetzt viel Widerstand beim Ölpreis. Frische Long-Positionen kann ich hier nicht empfehlen. Man muss hier jetzt ganz klar abwarten. Bekommen hier wirklich einen Tagesschlusskurs. Idealerweise auch über der 50-Tage-Linie. Und können wir dieses Level dann danach als Support testen, die 75 US-Dollar. Dann haben wir hier nochmal mehr Upside in den Bereich um die 78, 79 US-Dollar. Hier ist dann das 78er und das 88er Fibonacci. Von dieser Downside herrlicher Trade. Haben wir auch schön verfolgt auf dem Kanal hier unten im Bereich der Supportzone. Aktuell frische Long-Einstiege. Vor allen Dingen in dieser Joppies-Zone, wie der Amerikaner sagt, so viel horizontale Preis-Action kann ich hier aktuell eher nicht empfehlen. Damit kommen wir zu den Indizes. Und die beginnen wir mit dem Volatilitätsindex, dem Wix. Und da muss man sagen, der ist hier weiter ganz klar auf dem Weg zur Downside. Ich habe dir gestern mit auf den Weg gegeben im Video. Achte mir hier bitte auf die 20. Wir hatten eine Kurslücke beim Wix geöffnet von Dienstag auf Mittwoch. Was haben wir gestern gesehen? Nochmal einen steigenden Volatilitätsindex. Und ich hatte gesagt, wenn er bei den 20 Widerstand findet, ist das ein Zeichen, dass die Aufwärtsbewegung bei den Indizes sich fortsetzen kann und dass der Wix hier nochmal deutlich mehr Downside sehen kann. Von diesem Zeitpunkt ist der Wix zum aktuellen Zeitpunkt bereits wieder 8,3%. Im Minus, jetzt sind wir langsam, aber sicher, in den Bereichen der horizontalen Supports aus den letzten Monaten ein sehr kritisches Level. Ganz klar ist hier der Bereich von den 18. Und wenn er das wirklich noch rausnehmen sollte zur Downside, wir sprechen gleich im S&P 500 eben über die kritischen Widerstände, über die Zielzonen der aktuellen Aufwärtsbewegung, dann kann er hier durchaus noch den Volatilitätsindex runterdrücken. Der Markt auf eine 17. Wenn wir da drunter fallen sollten, sehen wir sogar neue 52 Wochentiefs. Und das könnte ich mir dann durchaus nochmal vorstellen, dass die Aufwärtsbewegung bei den Indizes sich fortsetzt. Ich muss aber ganz klar sagen, im aktuellen Marktumfeld bei einer Volatilität von 18,6 sehe ich natürlich keine frischen Long-Einstiege. Die haben wir zur Genüge besprochen in diesem Bereich. Damit kommen wir zum S&P 500 und schauen uns hier die aktuelle Melt-Up-Phase an. Hier massive Anstiege. In den letzten drei Handelstagen hat er hier 120 Punkte rausgeholt. Das sind drei Prozent von den Tiefs, die wir gesehen haben, ist der S&P 500 zum jetzigen Zeitpunkt bereits 7,5 Prozent gestiegen. Stichwort sei in Korrekturen interessiert am Markt. Kaufe Supports, 200-Tage-Linie, übergeordneter Aufwärtstrend. Hier findest du die guten Einstiege. Das Einzige, was du aktuell findest und was du aktuell bist leider, muss man ganz klar sagen, wenn man hier in den Markt einsteigt, das ist die sogenannte Exit Liquidity. Also die Liquidität, die Smart Money braucht, um langsam aber sicher die Positionen entsprechend abzubauen. Die horizontalen Levels nimmt der S&P 500 hier eins nach dem anderen raus. Diese lokalen Tops bei 440, 460. Jetzt sind wir über 480. Jetzt kommt sozusagen der Endgegnerwiderstand, die 4100 Punkte. Und wir messen uns nochmal die letzte Downside ab und schauen uns hier die relevanten Fibonacci-Targets an. Und da sehen wir, dass der S&P 500 Stand jetzt aus dem 61er und 65er Fibonacci ausbricht. Was gestern noch Widerstand war, das 65er Fibonacci haben wir heute überwunden. Und deswegen muss man ganz klar sagen, wenn wir jetzt hier in diesem Bereich einen Dip erleben und der würde gekauft werden im Bereich der 4060, dann wäre das ein Breakout aus diesem 61er und 65er Fibonacci. Und das Kursziel wäre zu suchen im Bereich des 78er und 88er Fibonaccis. Und das ist auch so ein bisschen mein Target für die aktuelle Bewegung. Wir haben auch letztens darüber gesprochen am Sonntag im Marktbriefing. 4150 Punkte. Mein Primärszenario war zu dem Zeitpunkt noch, dass der S&P 500 nochmal abdippt und dann in diesen Bereich hochkommen. Ich hatte aber auch auf dem Zettel, dass wir hier durchaus direkt ausbrechen können. Und deswegen sind hier diese 4150 Punkte ein extrem kritischer Punkt. Spätestens hier rechne ich dann mit einer durchaus auch schärferen Korrektur. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich aber bitte auf dem Zettel diesen Breakout aus der Golden Pocket. Und das kann natürlich jetzt hier schon nochmal weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Zum aktuellen Zeitpunkt aber keine frischen Long-Positionen mehr. 4,1 kritischer Widerstand und danach eben ganz kritisch die Zone zwischen 4111 und 4150. Und was wir bitte für die kommenden Wochen auch auf dem Zettel haben, wir haben hier, hier und hier in den letzten drei Handelstagen jeweils eine Kurslücke geöffnet. Und auch im 4-Stunden-Chart schauen wir uns natürlich den S&P 500 noch an. Und da muss man ganz klar sagen, das hat hier nichts mehr mit gesunder Kursentwicklung zu tun. Das ist ein reiner Short-Squeeze, weil eben immer wieder Leute dem Markt sozusagen ein Ende setzen wollen, hier Short gehen und dann letzten Endes nach oben wieder ausgesqueezt werden. Es ist aber auch wichtig, dass du siehst, dass in diesen kleinen Mini-Korrekturen zwischen diesen 4-Stunden-Kerzen der Markt auch immer wieder schafft, aus dem überkauften Bereich rauszukommen, um dann letzten Endes eben doch wieder Käufer in den Markt zu ziehen. Aktuell sehen wir, dass wir jetzt hier wieder angekommen sind im stark überkauften Umfeld. Überschätzt das aber nicht. Wenn der jetzt hier einen milden Dip zeigt, dann bist du hier wieder raus und du hättest möglicherweise eben das Potenzial, dann hier oben die Zone noch voll zu machen. Wenn man sowas shortet, such dir ein klares Top. Wenn jetzt das hier die Top-Kerze ist, hab hier drüber deinen Stop und dann warte auf die nächste 4-Stunden-Kerze, die dir ein erstes, tieferes Tief generiert und das ist dann letzten Endes dein Short-Einstieg. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und auch im Nasdaq hat die aktuelle Kursbewegung natürlich nichts mehr zu tun mit Vernunft, aber erinnere dich da bitte mal explizit ans gestrige Video, was ich dir gesagt habe. Solange wir beim Nasdaq-Verzeihung Kurse sehen, über 12.900 Punkte ist er bullish und die Strecke zwischen 12.900 Punkte und 13.200 Punkte kann er senkrecht nach oben absolvieren, weil wenn wir auf die linke Seite schauen, hier eben nahezu kein Widerstand ist und das zeigt er uns jetzt aktuell. Gestern hatte er einen kleinen Dip nochmal unter diese Zone, das war nochmal ein Zeitpunkt, wo der Markt zugelangt hat, hat es nicht geschafft, einen 4-Stunden-Schlusskurs zu generieren unter den 12.900 Punkten und heute sehen wir entsprechend den Short-Squeeze. Sind zum aktuellen Zeitpunkt schon nach dem Breakout über die 12.900 Punkte 1,6 Prozent und wenn er das Kursziel hier voll macht von den 13.200 Punkten sind wir bei 2,38 Prozent, was der Markt hier direkt nach dem Breakout nochmal gut gemacht hat, übergeordnet mein Kursziel. Das muss man auch sagen, ganz klar, wenn er hier ranläuft. Wir sehen hier auf der linken Seite ein ganz klares Wick hoch, das kann er als Widerstand benutzen. Milder Dip, das übergeordnete Kursziel des 88er Fibonacci zu den Tops im August sehe ich aktuell bei ca. 13.300 bis 13.400. Hier würde ich den Markt dann aber ganz klar nochmal komplett neu bewerten und würde durchaus auch von diesem Punkt aus von einer etwas schärferen Korrektur ausgehen. Wir kommen zum Hang Sengen-Dex und der baut ja aktuell hier an der rechten Schulter dieser potenziell gewaltigen inversen Schulterkopf-Schulterformation, was wir jetzt seit gestern sehen, ist das die 50er-Linie, haben wir auch darüber gesprochen im gestrigen Video, 20.900 zusammen mit der 50-Tage-Linie halte ich hier nach dieser ersten Aufwärtsbewegung durchaus für signifikanten Widerstand. Wir wissen auch, die Einzelaktien Alibaba zum Beispiel, ganz speziell auch JD.com haben zur Downside Kurslücken geöffnet, die man möglicherweise schließen kann. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob wir morgen im 10x Watchlist-Video mal auf ein paar chinesische Aktien am Stück eingehen sollen. Aktuell sehen wir auf jeden Fall ganz klar Widerstand dort, wo er auch zu erwarten war im Bereich des 38er Fibonaccis, der gesamten Downside und das müssen wir jetzt ganz klar auf dem Zettel haben. Milde Korrektur im Hang Sengen, eine sehr milde Korrektur. Erster Impuls, zweiter Impuls, Rücksetzer, möglicherweise dritter Impuls, der uns dann auch über die 21.000 Punkte bringen kann, wäre hier tatsächlich schon abgearbeitet im Bereich der 20.200. Wenn er noch mal ein bisschen tiefer kommt, haben wir bitte die 20- und die 200-Tage-Linie auf dem Schirm. Dort finden wir dann Support im Bereich der 19.600, 19.700, aber auch übergeordnet nach diesem Breakout nochmal einen Backtest, hier einen schönen Doppelboden auf diesem Niveau der 19.200. Möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht ausschließen. Was ich allerdings nicht mehr sehen will, muss ich auch ganz klar sagen, sind jetzt hier Kurse unter diesen lokalen Tiefs. Keine Kurse mehr im Hang Sengen-Index, deutlich unter 19.000. Und auch der DAX hält sich weiterhin wunderbar ans Drehbuch. Wir sehen hier den Tagesschart, wir sehen dieses eingezeichnete Rising Wedge, die linke Trendlinie. Das ist der übergeordnete Aufwärtstrend seit Oktober. Und diese kleine lokale Aufwärtstrendlinie ist natürlich ganz klar der Support, den wir am Montag getroffen haben. Diese herrliche Reversal-Kerze. Danach nochmal ein milder Tipp auf diesen Aufwärtstrend. Und seitdem kennt der DAX hier nur wieder eine Richtung. Ganz wichtig, er ist jetzt angekommen in der kritischen der kritischen Zonen aktuell. Wir sind übergeordnet ohnehin in der kritischen Zone. Seit den All-Time-Highs hier im 78er bis 88er Fibonacci-Bereich. Und jetzt bist du hier in dieser Zone an deinem Kursziel für einen Doppeltop angekommen. Hier muss man ganz klar mit Verkaufsdruck rechnen beim DAX. Viele werden hier dieses Verlaufshoch jetzt versuchen abzuverkaufen. Und das macht es natürlich auch sehr interessant, wenn der DAX es schaffen sollte, hier neue Verlaufshochs anzulaufen. Verlaufshochs sind das natürlich hier anzulaufen. Dann sehen wir hier möglicherweise nochmal einen weiteren Shorts-Quiz. Und da brauchen wir uns dann einfach nur die Kursziele abmessen. Aktuell bist du sogar über dem 88er Fibonacci. Also die, die hier Short stehen, die sind jetzt stark unter Druck in diesem Bereich. Die sind bereits hier unter Druck, weil die sehen, dass 88er Fibonacci droht zu brechen. Nach oben hast du jetzt hier diese lokalen Tops bei 15.650 Punkte. Und der Breakout aus den 15.700, da würde ich mich festlegen, weil wenn wir auf die linke Seite schauen, hat der hier auch sehr, sehr wenig Widerstände. Da ist das erste Kursziel zu suchen im Bereich der 16.000 Punkte, 127er Extension, die 141 in diesem Rising Wedge. Da wird es aber dann schon sehr, sehr eng. Das wären 16.200 Punkte. Wenn er sich dann von hier nochmal eine milde Korrektur gönnen würde, hier nochmal ausatmen würde, dann wäre das 161er Extension von diesem Rücksetzer tatsächlich sogar neue All-Time-Heist beim DAX im Bereich der 16.500 Punkte. Extrem kritisch zum aktuellen Zeitpunkt. Hab deshalb deine Preissalarme im Bereich um die 15.700 und 15.755. Wir kommen zum Bitcoin und auch hier sehen wir weiterhin kontinuierliche Stärke im Markt. Der Bitcoin wird hier kaum abverkauft. Wir haben den Dip gesehen in dem Bereich um die 26.700, der jetzt schon wieder bereits gekauft wird. Aktuell gestern hatten wir ein neues Verlaufshoch. Da muss man natürlich, habe ich gestern drüber gesprochen, vorsichtig sein. Klar kann das hier das Top sein, dieser Rallye. Wir sind auch ganz knapp über dem kritischen Gewinn-Mitnahme-Ziel vom 161er FIBO gewesen bei 28.700. Verlaufshoch war bei 29.1. Sowas ist gerne mal ein Top in einer Bewegung. Ich hatte dir aber auch gesagt, dass wenn solche Kerzen, die eben abverkauft werden, der Markt hat sich hier verraten, hier stehen jetzt die Stortpositionen drauf und wenn du darüber ausbrichst, bekommst du eben sehr, sehr gerne nochmal eine impulsive Bewegung nach oben. Das 200er Extension von dem Rücksetzer auf die 20.000 Punkte. Das sehen wir dann bei 30.800 bis 30.900. Da müssen wir dann schauen, da rechne ich dann durchaus auch mal mit einer schärferen Korrektur. Frische Long-Positionen kann ich hier aktuell an diesem kritischen Widerstand eher, muss ich ganz klar sagen, nicht empfehlen. Wenn, dann müsste man sich wirklich in den kurzen Zeiteinheiten die Dips raussuchen, um hier weiter Bitcoin-Positionen aufzubauen. Ich bleibe nach wie vor bei der Meinung, dass aus diesem ersten Impuls und diesem zweiten Impuls, möglicherweise kriegst du hier jetzt nochmal einen dritten Impuls in dem Bereich der 30.900, aber dann ist übergeordnet eine Korrektur fällig und ich bin mir relativ sicher, dass wir beim Bitcoin durchaus auch nochmal die Kurse sehen werden von 25.000 US-Dollar, weil hier ist die 200-Wochen-Linie, da sind wir hier ausgebrochen. Wir haben hier die 200-Tage-Linie danach gebacktestet, obwohl es durchaus gut aussah, dann kommst du halt in eine schärfere Korrektur und hier wäre dann eben der Backtest der 200-Wochen-Linie fällig. Damit kommen wir zum Aktien-Schnelldurchlauf und die erste Aktie, die wir uns heute anschauen, ist C3 AI, die aktuell wieder unglaublich stark unterwegs ist. Wir haben diese Aktie auf dem Discord besprochen, einmal natürlich im Bereich der Bodenbildung in diesem Bereich, aber dann insbesondere bei diesem kritischen Breakout aus den 23 US-Dollar 63. Hier ist kritischer Widerstand gewesen, übergeordnet und da war dann durchaus angezeigt, dass wir in dieser Range aus senkrecht rauf, senkrecht runter, ein weiteres Mal senkrecht nach oben laufen. Die Aktie hat jetzt seit diesem Breakout in wenigen Handelstagen zum aktuellen Zeitpunkt 38% Rendite eingefahren. Wenn wir auf die linke Seite schauen, dann sehen wir, dass wir jetzt durchaus hier auch aus einer weiteren kritischen Zone ausbrechen. Das Level von 30 US-Dollar halte ich durchaus auch nochmal für einen kritischen Widerstand, muss man jetzt aber sehr vorsichtig sein. Natürlich jetzt hier auch in diesem laufenden, aggressiven Short-Squeeze keine neuen Long-Positionen mehr, aber auch ganz wichtig. Natürlich, komm auf den Discord und werde 10x-Member. Und da uns die Aktie jetzt zeigt, dass sie durchaus auch in der Lage ist, Kurse anzulaufen von über 30 US-Dollar, können wir uns natürlich aus dieser Range und dazu messen wir uns diesen Rücksetzer ab, die Kursziele ablesen und da haben wir das 127er, 141er und 161er Fibonacci bei 33,90, 35,40, 37,60. Ganz wichtig, nicht mehr hinterher springen. Wir sind jetzt überkauft im Tagesschart. Der kann durchaus hier den Bereich von 30 US-Dollar verteidigen und hier direkt nochmal weitermachen. Den frischen strategischen Long-Einstieg, den finden wir hier definitiv nicht mehr. Da müsste die Aktie jetzt zumindest uns diese Korrektur zeigen. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar. Und auch NIO ist eine Aktie, die wir in den letzten Wochen auf dem Kanal ganz hervorragend erwischt haben. Ich hatte sie ja dabei im Video am 16. März, habe ich dich darauf hingewiesen, dass es hier sehr eng wird in diesem Abwärtstrend, dass NIO auch überverkauft ist. Dann am 18. März hatte ich sie wieder dabei mit der Meldung, dass wir hier ausbrechen aus diesem Konterabwärtstrend. Und ein weiteres Mal hatten wir sie dann im Video am 28. März, hatte ich dich darauf hingewiesen, dass wir das erste Ziel abgeholt haben. Rücksetzer auf die 20-Tage-Linie halte ich durchaus nochmal für interessant, um möglicherweise danach nochmal in eine Fortsetzung zu kommen, dieser Aufwärtsbewegung. Jetzt aktuell hat NIO das erste, zweite und dritte Target abgeholt. Und wenn wir uns übergeordnet die Zielsetzung mal anschauen, das ist kein Hexenwerk. Du misst dir die Downside ab von so einem Rücksetzer und bekommst dann deinen Konterabwärtstrend, schaust dir den Breakout an und hast demnach deine Kursziele. 23er Fibonacci, 38er Fibonacci, 50er Fibonacci. Das sind in erster Linie die Ziele, um die es geht. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Rallye bekommen, dann gerne ins 61er Fibonacci, spätestens dort. Sollte man dann aber wirklich die Hälfte seiner Position abgebaut haben. Stop ist natürlich ab dem ersten Ziel auf Einstand. Da lässt man sich nicht mehr in die Tasche greifen. Und wenn er noch das 78er und 88er abholt mit einer Restposition, ist es umso besser. Und natürlich ist auch das eine Aktie, die wir erfolgreich auf dem Discord getradet haben. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10x Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du dich mit vielen Gleichgesinnten austauschen kannst und wo ich täglich Markt- und Aktienanalysen poste. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage ciao. Bis zum nächsten Mal.